hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead island 2 mein name ist michael und wir spielen natürlich weiter wo wir aufgehört haben finden wir müssen immer verzweifelt gesucht finde ein weg durch das anwesen ja mal schauen ob wir sie finden können zeigt mir markiert mir hier irgendwas den zombies habe ich hier gerade schon erledigt und habe dann gemerkt dass ich mein micro gar nicht anhatte okay eine batterie hallo immer auf die birne was habe ich denn hier als aktiviert hier aha 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 hallo oh ok hätte ich vielleicht schon früher machen sollen egal ja ja da sind nur ein paar dosen da habe ich noch was sachen im haus liegen lassen ich weiß es nicht sicherheitskasten sicherungskasten gibt überall du brauchst eine sicherung man die coolen sachen dahin zu kommen waaah eine sicherung brauche ich wo krieg ich eine sicherung hier äh 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 3 meter wo haben wir denn wo haben wir denn hier eine sicherung ich will eine sicherung haben 18 meter unten 18 meter unten ah ha 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 Oh, ein Präsent, für mich. Aber ich weiß doch schon. Oh, ein Präsent, das ist ein Präsent, das ist ein Präsent. ich will die sicherung haben kommen wir sicherungen 37 meter glaubt dass es eine sicherung ist ich will an die coolen sachen dran kommen ich will an die coolen sachen wieso ist die sache auf einmal wieder da ich habe keine ahnung mit ihr könnt nämlich gerne ja leute ich will eine sicherung hilft mir wo finde ich diese sicherung oder kriege ich die sicherung gar nicht kommt wieder her hallo was soll das wieso sind aber die zombies wieder hier mhm so ein sheet ah Energy drink. Hmm. hier war eine code für kohle für erforderlich ja haha machen super ganz toll hier dann war ich auch noch nicht ich höre da schon wieder jemanden hallo guten tag ah okay oh socks are tingling there are facts to be found hei oh hei freundchen so nicht aber schwierigkeit konnte man trotzdem nicht einstellen was ist nicht schlecht ist alles gut irgendwoher die sicherung habe ich jetzt schon habe ich noch immer noch nicht finde ich gut für 50 prozent muss eben gucken welche waffe ich als nächstes die kann ich jetzt mal ablegen die ist kaputt haben wir 29 30 41 ja dann nehme ich jetzt das schwert wo ist das da will ich da will ich rein ich brauche eine sicherung hey es ist hallo hallo ach ach nee und ist es immer hier sieht so ein bisschen schäbig aus ein bisschen eklig hier ihr habt die schlange nicht mal aufgeräumt geht ja mal gar nicht toll kleber schrott ich suche eine sicherung hier war ich doch schon ist das ärgerlich ich bin Bargeld, Bargeld Toll Boah, diese Sicherung ist schon merkwürdig. Sicherung erforderlich. Hm, ich will da rein. Vielleicht komme ich da ja noch rein, ich weiß es nicht. Verschlossen. Ah, 11 Meter. Ich glaube, das ist einfach nur das hier, was er mir anzeigt. Hier, der Raum. Naja, das ist der Raum. Trotzdem. Ich finde immer blöd, wenn ich was verpasse oder so. Jungs und Mädels, ich will immer alles haben, was ich so... Vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es nicht, aber... Das ist ne Batterie, ist keine Sicherung. Versicherung. Durch Schrott eingesammelt. Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Hm. Aha. Okay. 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 Wie die Küffel ich haben. Oje. Na. Ähm. 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 Wer ist da? Jacob, mein Mann. Von der Kräse. Oh. Äh. Okay. Komm her. Hm. Oh, Mama. Ich fühle mich wie Scheiße. Ich... Ich muss den großen Bus fahren. Ach, nee. Noch mal in den Rucksack reingucken, ob der uns aufgehoben hat. 31? Okay. Na, zumindest sind wir hier erstmal sicher. Ja, ich wurde gewissen, aber... Eine Knappe wäre nicht schlecht, aber... Ja, ich bin jetzt zurück und du bist noch mein Hausgeber, also gib mir die... Ah! Ja, ich bin jetzt aufgehoben. Ja, ich bin jetzt aufgehoben. Warum ist die Jinn in? Im Präparat. Emma, wir haben ein Problem. Unsere Freund hier hat sich gebeten. Ja, ich bin jetzt aufgehoben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns in einer Böse zu haben. Wir müssen sie töten. Das ist kein Film, ich bin nicht töten. Es hat definitiv nicht in meinem Jobdescription. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh, 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 ich werde mich schrecklich. Schau sie! Hm. Ja. Erstmal den Handscheln. Ja. Sag was. Was ich schrecklich? Was ich schrecklich? Michael schrecklich, und die Räume schrecklich. Der Idiot war mir fast. Und du musst nur aufgehoben. Hey, mein Fieber ist weg. Du siehst besser. Und die Böse schrecklich, auch. Aber du bist aufgehoben. Aber ich fühle mich schrecklich. Das zeigt, dass... Das zeigt nichts, okay? Wir, die Menschen, wir essen uns zusammen. Und niemand weiß was, was passiert. Und ich kann nicht aufgehoben, meinen Agenten, meinen Manager. Schau, du kannst mich raus. Ich bin ein guter Mann. Ich schwöre auf meine Mutter. In der Nacht. Schön. Aber die Menschen, das nicht so gut funktioniert für mich. Emma! Kann ich noch zwei Minuten entfernt von ihm? Sie sind gerade in der Haus. Sie versuchen in zu kommen. Aufstieg. Stupe 3. Aufstieg. Stupe 3. Aufstieg. Das ist das Fähigkeiten Deck. Dann sind Kampfaktionen und Boni, die während des Spiels verdienst. Die Gestaltung deines Decks. Okay. Ich habe jetzt... Aha. Äh? So, was steht denn da? Nur für Dani und Jacob. Stütze dich in irgendeinem Kreislauf des Todes. Töte einen Zombie, um einen kleinen Scheibenbus zu erhalten. Oh, das hört sich gut um. Was kann man denn blocken? Hm. Das hört sich überhaupt gut an. Ah. Chemikalien Chemikalien Ja. Hilf ihnen! Brückelei in Belair! Brückelei in Belair? Ah, ich komm gleich! Erstmal Lucky Lucky machen, ja? Was ist das? Was ist das? Poggered. Ah. Oh ja, jetzt eine Dusche. Ah. Oh. Oh. Oh ja, ich bin. Was machen wir? Lass mich mit ihnen reden. Ach du sicher? Ach du sicher? Ach du die Schrauben! Nein, du brauchst mehr als ich. Oh mein Gott. 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 Oh ja. - Now it's somewhere that closed the gate in the first fucking place. Spam! Bargeld! Finde eine Sicherung! Ja toll, die brauche ich später! Aua! Was war das denn? Aua! 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 Oop! Aua! 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 Ah! Aua! Das war's. Sie werden schlafen, wenn es etwas kritisch ist. Sie werden schlafen, wenn Sie die Sicherung da oben doch einsetzen können. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Oh, deine Ahnung. Oh! Oh! Oh, dein Zeichen. Oh! Ich wäre so gerne noch die eine Sicherung eingesetzt. Schade. Vielleicht komme ich da ja nochmal hin. Leider nicht. Mit den schönen Sachen. Du bist in einer zombiefreien Zone. Ja, ich bin in einer zombiefreien Zone. Ja, 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 ja. Ja, Leute, auch diese Folge ist jetzt leider schon vorbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann, wie gesagt, kommentiert und liked meine Videos doch auf YouTube. GameyMichel.bo Und wenn ihr möchtet, lasst auch gerne ein Abo da. Das würde mich super freuen. Mich würde einfach da hinten schreibt meine Kommentare, wie ihr das Spiel seht und wie ihr das findet. Mich interessiere schon nur eure Meinung. Tut das mal bitte. Und ja, guckt auch mal auf Twitch vorbei. Oder schaut mal auf Twitch vorbei. XXMichel.bo XX. Folgt mir dort, wenn ihr von mir keine Lives mehr verpassen wollt. Das wäre auch super toll. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch mein neues Projekt. Dann sage ich mal, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.